Musik Servus liebe Freunde der gepflegten Warthanoe-Unterhaltung, ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wieder ist ein Monat rum und wieder heißt es, wir schauen uns die aktuell 5 beliebtesten Panzer im Spiel an. Wer das noch nicht weiß, als Grundlage dafür nehme ich die Statistikseite thunderskill.com, die findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, da findet ihr alles rund um Statistiken, die nicht ausschließlich in-game erstellt werden von Gaijin, sondern halt auch eure Effektivität widerspiegeln und die natürlich auch Daten über entsprechende Fahrzeuge sammelt, wie oft die gefahren werden und auf der Grundlage mache ich dieses Video jetzt hier einmal im Monat. Erstmal vorab für alle die Info schlechthin, in diesem Monat ist es das erste Mal, dass der Wirbelwind nicht in den Top 5 vertreten ist. Nein, dieses Mal sind es, kleiner Spoiler vorab, alles nur Hightier-Fahrzeuge. Wer hätte es gedacht, seit Patch 1.77 geht hier so ein bisschen die Luzi ab, beziehungsweise auch schon wahrscheinlich vorher, um da entsprechend schon Punkte zu sammeln für Panzer, um dann auf das Battle-Rating 9.3 zu kommen. So, fangen wir also wieder ganz normal von hinten an und da starten wir wieder mit den Deutschen. Und es ist, nein, nicht der Leopard 2K, dafür ist der noch nicht lange genug draußen, nein, es ist der Kampfpanzer 70. Der Kampfpanzer 70 auf derselben Stufe wie der Leopard A1, A1, aber nicht in derselben Reihe wie der Leopard 2K. Trotzdem aber werden den mit Sicherheit viele, viele Nutzen auf 9.0, um natürlich dann die entsprechenden Forschungspunkte für den Leopard 2K zu benutzen. Denn, in meinen Augen, der KPZ 70 doch noch ein bisschen stärker als der Leopard A1, A1 auf 8.3. Gespielt wurden mit dem KPZ 70 jetzt im März insgesamt 37.200 Gefechte im RB. Das ist eine ganz schöne Ansage, eine ganz schöne Menge. Generell sind die Anzahl der Gefechte in diesem Monat mit den Hightier-Fahrzeugen ziemlich, ziemlich hochgeschnellt. Also wesentlich mehr, als das noch in den letzten Ausgaben dieses Formats gewesen ist. Und das zeigt schon, wie viele Leute jetzt gerade dabei sind, auf Rang 6 weiter dann die neuen Fahrzeuge zu ergrinden. Wir bleiben bei den Alliierten in diesem Fall und gehen zum amerikanischen Gegenstück auf Platz 4 in diesem Monat der MBT 70. Das genaue Gegenstück zum KPZ 70. Ja, auch hier natürlich wieder werden viele zum Grinden auf den Abrams benutzen. Von daher ist das eine eindeutige Aussage. Insgesamt 38.619 Gefechte hat der MBT 70 in diesem Monat auf dem Buckel. Ja, und da muss man glaube ich weiterhin nicht sehr viel sagen. Kommen wir jetzt nun zu den Top 3. Die bestehen aus, auf Platz 3. Da wechseln wir wieder zu den Deutschen. Er ist es. Ja, klar. Der Leopard A1, A1. Der hat ja auch mit einem der letzten Updates, ich glaube es war sogar mit 1.77, wenn mich nicht alles täuscht, gleich direkt. Hat der ja auch die APDS FS Munition bekommen, die DM23, die sich viele Spieler gewünscht haben mit maximal 385 mm Pen. Der Leopard A1, A1 in diesem Monat gefahren worden. 39.244 Mal im RB. Das ist auch schon eine richtige Hausnummer. Nach wie vor, leider Gottes, meiner Meinung nach, der Leopard A1, A1 nicht mehr oder immer noch nicht so gut, wie er eigentlich sein sollte. Gerade was die Mobilität angeht. Ich hoffe nach wie vor, dass Gaijin da noch ein bisschen nachsteuert und diesem Panzer mal ein bisschen Liebe zukommen lässt. Und ihn ein bisschen bufft, was die Mobilität und generell auch die Beweglichkeit dieses Panzers angeht. Also wenn ich mir alleine das Wenden auf der Hochachse angucke, wird mir schlecht. So, dann kommen wir zu Platz 2. Da finden wir seinen kleinen Bruder, den Leopard 1. Insgesamt 41.610 Gefechte. Auch hier wird der Panzer mit Sicherheit zum Grinden. Entweder für den Leopard A1, A1 oder halt auch für den Leopard 2K genommen. Da sind wir jetzt tatsächlich in einem Bereich, wo die Unterschiede nur noch minimal werden. Allerdings der Leopard 1 auf einem Battle Rating von 7.7 und nicht wie der Leopard A1, A1 auf einem Battle Rating von 8.3. Vielleicht ist es dem einen oder anderen von euch aufgefallen, die DM12 hier ist nicht mehr ganz so teuer. 920 Silver Lions, das ist irgendwann auch mal rausgepatcht worden, dass die Munition hier nicht mehr so teuer ist. Und ich glaube, die Munition vom A1, A1, genau, die ist auch in den Kosten gesenkt worden. Kostet auch nur noch 260 Silver Lions. Da haben sie die Kosten auch extrem gesenkt. Finde ich tatsächlich ganz gut. Beim normalen Leo 1, wenn ich mich recht entsinne, waren die 920 schon seit längerer Zeit da. Aber meiner Meinung nach reicht die DM13 hier auch vollkommen aus. So, gefahren mit dem Leopard 1 im März. 41.610 Gefechte. Das ist ja nach wie vor auch immer noch wieder eine krasse Ansage und zeigt auch wieder, wie viele Leute tatsächlich am Height-Tier-Bereich, am wirklich richtigen Height-Tier-Bereich, den wir gerade haben, interessiert sind. Und ich glaube, jeder von euch kann sich denken, auf welcher Panzer sich momentan auf Platz 1 befindet. Nein, es ist nicht der Wirbelwind, wie schon eingangs gesagt. Es ist ein russischer Panzer und zwar der Vorläufer des T-64B. Das ist der T-64A. Klar, natürlich. 49.882 RB-Gefechte im März sind mit diesem Panzer hier bisher gefahren worden, beziehungsweise sind mit dem Panzer gefahren worden. Und ja, klar, die Leute, die ihn haben, benutzen den natürlich zum Grinden auf sein Nachfolgemodell, auf den T-64B, auf das momentan absolute Top-Tier-Fahrzeug, das ihr bei den Russen bekommen könnt. Und ja, ich glaube auch auf das momentan mittlerweile stärkste Fahrzeug, das wir im Spiel haben. Tja, die Top 5 in diesem Monat überraschen mich persönlich jetzt nicht wirklich. Sie sprechen aber auch tatsächlich eine eindeutige Sprache und, wie ich finde, auch Bände. Denn es zeigt, wie viele Leute tatsächlich am Hightier-Bereich interessiert sind und wie viele Leute auch wirklich Bock haben, die neuen 9-3er-Panzer zu bekommen. Was ich tatsächlich auch ein bisschen bezeichnend finde, was vielleicht dem einen oder anderen jetzt auf den ersten Blick nicht so aufgefallen ist. Ähm, französische Panzer sind da gar nicht vertreten. Also, ähm, weder der AMX-30 B2 noch der AMX-30 B2 Brenus. Und, äh, britische Fahrzeuge auch nicht. Ähm, also, es scheint tatsächlich so zu sein, dass viele gar nicht, gar nicht das Interesse haben, auf den Challenger zu kommen. Ähm, zumindest nicht so viel, dass es für die entsprechenden Statistiken reicht. Ähm, finde ich tatsächlich, ja, verständlich ist für die Briten ein bisschen schade an sich. Äh, aber, ja, wenn man sich das auch mal so anguckt, der Challenger, ihr habt es vielleicht in meinem Video gesehen, ist jetzt von allen neu eingeführten Panzern im Spiel, ähm, mit Sicherheit, äh, mit der schlechteste, äh, von der Gesamtperformance her. Deswegen kann ich schon verstehen, dass den viele noch gar nicht grinden, weil sie halt schlicht und ergreifend gar keinen Bock haben. Oder weil viele wahrscheinlich auch noch gar nicht bei den Chieftains angekommen sind, ähm, um dann natürlich auf den Challenger dann am Ende zu kommen. Ihr seht das auch, ich bin hier auch noch, äh, auf Rang 5 am Rumdümpeln. Dass ich den Challenger jetzt habe, liegt einfach nur daran, dass er mir Gaijin für einen Monat in die Garage gestellt hat. Damit ich ihn euch auch in dem entsprechenden Video zeigen konnte. Lasst mir gerne eure Meinung zu den diesmonatigen, äh, Top 5 gerne unten in den Kommentaren da. Lasst uns ein bisschen drüber diskutieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es gerne, bewertet es mit einem Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt. Und falls ihr in Sachen War Thunder auf meinem Kanal nichts mehr verpassen wollt, dann einfach auch gerne ein Abo dalassen. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg hier zu meinem Kanal findet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.